BITTE LEUTE, SELFSTBEDIENUNG DAS STILL RECHT Das kann ich nicht tragen. Viel zu klein. Sieht eher aus, als wär's das zu große? Na gut. Titans! Anziehen! Seht euch das an! Ich bin Mammoth und ich rede nicht viel bei diesem Wettbewerb. Ich bin Seymour, yo, und ich seh dich, Billy Numerous. Wen? Mich? Oder meinst du mich? Oder mich? So viele Mamas. Ich bin die Jynx. Das Unglück der zersprungene Spiegel, die schwarze Katze. Die, die unter einer Leiter läuft. Irgendwas stimmt nicht mit dem Kostüm. Du bist halt leider nicht gerade der Größte. Ich hab ne Durchschnittsgröße!